Das sind unsere Notfällchen. Wir sind diesmal zu Gast im Tierheim Pirna-Krietschwitz. Und da sind zwei kleine süße Katzenbabys, ca. 8 Wochen alt, wurden ausgesetzt, sind hier übrigens mit ihrer Mama. Also auch die Mama steht noch zur Vermittlung und für die Kleinen suchen wir ein neues Zuhause. Da ist alles denkbar. Das können Freigänger werden, das können Stubentiger werden, die sind noch so klein, die würden sich an alles gewöhnen wahrscheinlich. Wir haben jetzt mal geguckt. Es sind zwei Katerchen und am liebsten wäre es uns, wenn sie zusammen in eine Familie kommen. Also da kann man eigentlich gar nicht widerstehen, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich die wieder hergeben kann. Also wenn sie schon immer mal ein kleines Katzenbaby haben wollten, dann kommen sie hier nach Pirna. Die sind so süß und die riechen so gut. Die sind ganz, ganz toll. Kommen sie nach Pirna. Wir suchen ein Zuhause für unsere ganzen Babys. Zwei Katerchen. Schaut. Zuhause.